Fliegen lernen per Simulation? Am 8. Juni wurde ein spannendes Projekt des Fantechnikums in Wismar feierlich eröffnet. Das Besondere, gestaltet wurde der Flugsimulator von Schülerinnen und Schülern des Gerhard-Hauptmann-Gymnasiums. Das Einzigartige an diesem Projekt ist wirklich, es ist ausschließlich von Schülerinnen unter der Leitung der Fachkraft der Ganztags AG konzipiert worden. Das technische Setup wurde von den Schülern vorgeschlagen, wir haben es umgesetzt, die Programmierung der Simulation wurde von den Schülern vorgeschlagen, wir haben die Software angeschafft, die Schüler haben in der Software sozusagen die Maßnahmen und die Installationen vorgenommen. Das heißt, was man hier wirklich sieht, ist eine ganz gelungene und auch zeitgemäße Kooperation von Schule und Museum und da sind wir wirklich dankbar. Im Jahr 2021 übernahm das Fantechnikum den funktionsfähigen Flugsimulator. Hinzu kam ein Maßstabsmodell eines Bodeneffektfahrzeugs vom Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung. Die Jahrgänge 7 bis 12 des Gymnasiums arbeiteten seither an der Reaktivierung in der Flusi AG. Bürgermeister Thomas Beyer begrüßte die neue Vielfalt im Technikmuseum. Es ist eben nicht nur Museum im klassischen Sinne, das heißt, es gibt den historischen Rückblick, sondern hier gibt es auch die Möglichkeit, sich mit heutiger Technik zu befassen. Auch in Zukunft soll das Projekt stetig weiterentwickelt werden. Wer die Flugsimulation ausprobieren möchte, kann dieses Highlight jederzeit bei einem Besuch der Dauerausstellung testen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.